Kenne deine Möglichkeiten. Unser Tipp heute Workcamps. Du möchtest gerne mal ins Ausland? Du bist dir aber unsicher und weißt nicht, welche Möglichkeiten es für junge Menschen mit einer Beeinträchtigung oder Behinderung gibt? Wenn du für kurze Zeit ins Ausland willst, sind vielleicht Workcamps das Richtige für dich. Bei einem Workcamp arbeitest du zusammen mit Leuten aus anderen Ländern an einem gemeinnützigen Projekt. Du brauchst keine Vorkenntnisse. Du hilfst zum Beispiel mit bei einem Bau eines Spielplatzes oder bei einem Festival, in einem Naturschutzprojekt oder auf einem Biobauernhof. Du arbeitest 25 bis 30 Stunden in der Woche. Die restliche Zeit steht frei für gemeinsame Unternehmung, Ausflüge, Land und Leute kennenlernen. An einem Workcamp kannst du teilnehmen, wenn du 18 Jahre oder älter bist. Workcamps dauern zwischen zwei und vier Wochen. Workcamps gibt es weltweit, auch in Deutschland. Du bezahlst eine geringe Teilnahmegebühr und deine Reisekosten. Unterkunft und Verpflegung sind frei. Kosten, die aufgrund deiner Beeinträchtigung Behinderung entstehen, können übernommen werden. Wenn du Fragen hast, wir von BZEF beraten dich gerne. Unser Angebot ist kostenfrei.